und willkommen zu arvorion ein spiel das ich gerne so als minecraft im all bezeichne in arvorion bauen wir unsere eigenen schiffe aus kleinen viereckigen klötzen ok teilweise sind es auch dreieckige aber ja größtenteils vierkirche klötze wir sind hier im hintergrund bild auch ganz gut und damit bereisen wir das universum weiteres sage ich dazu im spiel wenn ich auch die karte aufmachen kann geben wir zuerst einmal hier im hauptmenü wir haben den einzelspieler wir haben den mehr spieler modus server browser per ip beitreten laden beitreten spielhorsten dedizierte server oder server mieten und hier steht auch ein server von unserem partner vorne players mieten es ist also ein server basiertes spiel wie minecraft zum beispiel auch oder die laufen ja alle so dass man ein paar offizielle server hat und dann gibt es eben auch die server die von spielern zur verfügung gestellt werden wo die regeln für der spiel die von den spielern vorgegeben werden von dem server host gelten und ja so wäre das hier auch also man könnte sich in server zusammenstellen und dann zusammen dort spielen immer einstellungen spiel die sprache direkt für steam den spielernahme der wird von steam übernommen grafik es ist nicht das grafisch aufwendigste spiel tatsächlich mods an sehr großen support hauptsächlich im bereich der raumschiffe das sehen wir dann auch gleich noch ansonsten hier in der mod liste wird irgendwie nichts angezeigt keine ahnung für es diesen reiter überhaupt gibt backups dann wird irgendwie der server gespeichert ja das war es auch schon dann gehen wir mal hier rein ich habe da extra neues spiel angefangen so hier im hintergrund sehen dürfte ein raumschiff sein und zwar einst das auf jäger aufbaut ja da kommen leider mal schneller immer dieses spiel mit ihren ladezeiten wir sehen wir dafür gerade auch ganz sehr gute bei dem schiff was wir es für möglichkeiten haben das meiste ist quadratisch da gibt es aber auch ein paar eckige teile ja so dann werden wir im spiel und wir sehen schon hier schnickes kleines star wars schiffchen ja also kommen wir mal zum ziel des spiels wir haben hier ein unsere galaxie und das ziel ist es im prinzip wir fangen irgendwo so am äußeren rand an das ziel ist im prinzip ins zentrum zu kommen aber hier irgendwo ich sehe tatsächlich nicht vielleicht weil ich auch nicht so weit bin irgendwie ist es so dass das zentrum von irgendwelchen aliens eingenommen wurde und die haben das auch abgeschirmt dass ich das irgendwo eine barriere die wird eigentlich auch angezeigt ich finde es nur gar nicht gucken wie weit muss ich ran suchen doch bis zu diesen quadraten zu den kleinen irgendwo müsste hier eine linie zu finden sein allerdings finde ich sie gerade echt nicht ach egal auf jeden fall ist das ziel eigentlich da rein zu kommen dafür brauchen wir noch acht artefakte wo ich noch keine ahnung habe über die kriegt irgendwie so man die kriegen wahrscheinlich durch besiegen von bossen oder durch irgendwelche großen mission keine ahnung und ja dann gibt es die eins zwei drei vier fünf sechs sieben verschiedene ressourcen eisen titan das ist das was man hier so in dem äußeren bereich der galaxie findet da gibt es naunit trinium x anion und xan eisen dich grad und sich jetzt gar alt ist's element oblion ist ein uraltes element so war er so wie ich das verstanden habe von ihres mäßigerin die stellen sodassương was und je weiter man in richtung zentrum kommt major tom ok cool anspielung desto mehr von den selteneren ressourcen gibt es und schon allein deswegen ist das ziel wirklich immer weiter ins zentrum zu gehen um diese wertvollen ressourcen zu kriegen um daraus dann entsprechend auch bessere und stärkere schiffe zu bauen im zweiten video gehen wir dann auch den schiffsbau noch ein bisschen genauer durch ich zeige jetzt nur ganz kurz hier immer das baumenü und hier haben wir die verschiedenen bauelemente erst mal eisen titan naunit trinium xanion ogonit und avorion und ihr seht schon dass auch immer mehr freigeschalten wird hier bei eisen aber hier die ganze reihe schon mal nicht zur verfügung auch hier den hangar nicht bei titanium auch noch nicht noch nicht mehr bei naunit erst bei trinium haben wir den hangar frei mit dem wir dann jäger staffeln machen können und rechts sehen hier beherbergt raumjäger und hier auch trinium transporter gibt es nicht die gibt es sogar erst bei xanion während wir allerdings die trägheitsdämpfer irgendwie nur bei avorion haben und bei eisen diese elemente haben so ihre vor und nachteile das trinium ist zum beispiel das leichteste metall im ganzen spiel das ist wenn man etwas auf leicht bauen will geschwindigkeit dann nimmt man am besten trinium weil ihr leichter ein schiff ist desto weniger leistung brauchen natürlich der antrieb um das ding zu bewegen avorion hingegen hat jetzt zum beispiel bei der panzerung menschen überhaupt eine panzerung geben würde dann nehmen wir halt ogonit dürfte diese ziemlich stärkste panzerung haben und titanium ist glaube ich das zweitleicht ist da oder so irgendwas okay aber das avorion keine panzerung hat das irritiert mich ist gerade ehrlich gesagt dass es alles hat nein 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 es gibt kein element dass jedes bauteil hat interessant ja was natürlich wichtig ist jede aktion die man macht die ist sich rückgängig zu machen man kann nicht irgendwie hier da speichern und dann das spiel verlassen und dann machen wir da weiter es ist ein server basiertes spiel das heißt der server speichert immer alles das heißt wenn ich jetzt hier eine veränderung schiff vornehme dann bleibt die veränderung also ich kann nicht einfach sagen okay gut ich habe jetzt scheiße gebaut es funktioniert nicht das ganze jetzt wieder rückgängig zu machen wäre viel zu aufwendig also ich habe zuvor gespeichert ich verlasse spiel starte 9 dann habe ich wieder das schiff wie sie jetzt habe geht nicht gleichzeitig jetzt gehe ich aber hier noch ganz kurz rein haben wir eben aber einen großen mod support das sind die waffen vor allem im bereich der schiffe hier haben wir zum beispiel eine hammer hat aus das citizen jammer die andromeda aus der 90er jahre serie und ihr seht schon acht millionen trinium braucht das ding das ding ist relativ groß ich kann das sogar kurz zeigen im vergleich zu dem was ich da habe dann gibt es auch noch den todesstern ich das weiß zu früh ich muss warten bis geladen ist also man kann auch die todesstern einbauen und viele viele weitere schiffe ich habe jetzt hier vor allem star wars schiffchen drin und richtig nice hier eine fast original aussehende mole von argo aeronautics aus star citizen also man erkennt sie sofort das problem ist so wie sie hier steht funktioniert sie nicht sie ist zu schwer und hat zu wenig antriebsleistung ich musste die ein bisschen umbauen hier aber meinen umbau ihr seht schon hier hinten ich musste einiges mehr an antrieben rein donnern damit es funktioniert und auch die stärken antriebe hier rot und habe möglichst viele teile zu trinium umgewandelt um gewicht zu sparen so wie sie ist funktioniert sie jetzt jetzt halt nur mit dem riesen antrieb da hinten nicht mehr original getreu aber was wir machen da ist es die frage wie man sie original getreu haben oder sie funktionieren und ich habe mich auf die funktion konzentriert auch schon wieder aber ja also dann haben wir was waren es vier verschiedene gameplay mechaniken zum einen haben wir kampf dann haben wir bergbau dann handel und dann abwrackung also salvaging wobei ja eigentlich direkt mit einem kampf in verbindung steht die erste möglichkeit wirklich geld zu verdienen am anfang eigentlich auch die einzige der man startet hier mit in dieser kleinen drohne startet man ist der bergbau man kann eigentlich nichts anderes machen am anfang weil das ding hat nur zwei bergbau laser da sucht man sich entsprechende klumpen da ist einer gut am kupfernen rand zu erkennen oder wenn wir jetzt hier unten rechts sehen das ist normaler serie das ist einfach nur stein und hier sehen wir noch so kupfer zeugs beziehungsweise eisen durchschimmern nur die bringen wirklich ertrag dann wo ist mein schiff da ist mein schiff so wo war der der war irgendwo hier unten da ist er dann flattert mal hin und baut den krams ab das ist blöd man kann die turrets so bewegen oder aber weil man da außerhalb des sichtfeldes ist beziehungsweise unten ans schiff guckt ist besser wenn man es einfach direkt mit der schiffssteuerung macht so zack der ist weg wir können natürlich auch die hier abbauen auch die geben klein wenig also wie sehen sie hier 531 habe ich jetzt beim anderen gesammelt kommt da irgendwas raus ok der doch drei der hat jetzt drei eisen eingebracht also sehr 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 viel naja deswegen die lohnt sich nicht die kann man direkt ignorieren man muss wirklich die suchen wo etwas durchschimmert wo man sieht das designer wir können hier auch raus zum und dann in so eine overview gehen hier können wir zum beispiel direkt uns was suchen hier als serien fällt und dann können wir hier schauen ob ich immer als serien fällt irgendwas haben auch hier sehen wir wieder die umrandung weiß 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 beziehungsweise grau und sobald das hier jetzt bei eisen zu kupfern wird dann haben wir da einen eisenstein diese zone habe ich leider schon relativ gut abgegrast ich könnte natürlich auch hier unten schauen aber da noch was haben oder ich mache es gleich ja ganz anders ich gehe jetzt wieder runter zu geben auf die karte dann sehen wir gleich noch und nächste hier war schon koordinaten amerikations computer speichern sap er wusste bleibt fall da ist der blaue fall da geht es lang und einmal sprung bitte und um das noch ganz kurz zu zeigen hier diese dunkelblaue umrandung ist unsere sprung reichweite soweit können wir mit einem sprung springen so falsch die war raus so war hier und die sehen was ich den hier schon von weitem hier ist einer hier ist einer unten seiner der ist keiner hier mal ein eisen also ein titanium so hier in der zone hatte ich einen stein der gab irgendwie 25.000 eisen auf einen schlag also krass der war da oben auch sowas gibt es gibt nicht nur welche die nur so 500 games gibt es wirklich welche die geben viel und ich hatte da eine aufgabe man soll innerhalb von 30 minuten 11.000 eisen abgeben und dafür hätte man eine große belohnung ich hatte sogar 22.000 auf einen schlag also hat das direkt doppelt genommen was einen credit ertrag bringt wenn man das verkauft von ungefähr 4 zu 1 also 11.000 eisen würde normalerweise ungefähr 44.000 credits einbringen das heißt bei 22.000 sind wir bei 88 es sind meistens so 4 3 oder je nach station und system war jetzt ein bisschen deswegen sage ich so grob geschätzt hochgezählt hochgerechnet ungefähr 100.000 gekriegt habe ich dafür 183.000 negate warte 84 9 also unter 85.000 habe ich da gekriegt das heißt ich habe eigentlich ungefähr doppelt so viel gekriegt wie ich es bekommen hätte ohne die aufgabe das war natürlich sehr ertragreich jetzt sehen wir schon ich habe mehr material drin deswegen dauert das jetzt auch länger wenn ich fertig bin sie mir da gleich gleich auch wie viel wieder das hoch geht und rechts sub 300 und ist eigentlich die ganze schoße mit dem bergbau die materialien die können wir entweder zur seite legen weil wir brauchen das dann für eigenen schiffsbau oder eben wir können das auch verkaufen dafür müssen wir dann allerdings die entsprechende station finden ich gucke gerade sehe ich im rand eine in diesem system hier gibt es nicht mehr eine wissen ressourcen depot wer das der handel wie der funktioniert weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht mal so richtig weil ich bin ich so der händler und ja natürlich klassisch man kann loot einsammeln den verkaufen oder man kann in der einen station was kaufen möglichst günstig und woanders verkaufen ist allerdings ein riesen aufwand weil man muss wissen wo die preise wie stehen es gibt ein modul dass man ein schiff einbauen kann das da irgendwie helfen soll aber habe ich noch nie getestet ich bin auch noch nicht so wirklich weit gekommen im spiel ehrlich gesagt ja vorhin hatten wir irgendwie 3300 titanien sind wir schon bei 4600 fast 700 er ist 700 und wie der kurs für titanien steht weiß ich gar nicht auf jeden fall höher als eisen ja beim kampf ist wichtig dass das schiff mit einer panzerung ausgestattet ist dass ich hatte mein erstes schiff gebaut nur mit hülle ohne panzerung weil ich dachte panzerung ist einfach zusätzliches gewicht auch beziehungsweise extra schutz mit zusätzlichem gewicht aber ganz ehrlich drei salven von piraten schiffen und ich war kaputt obwohl man schiff eigentlich auch etwas größer war als das der piraten ich hatte keine chance beziehungsweise doch ich hatte eine chance nur mit spielerei also wirklich mit boost wegfliegen außerhalb ihrer reichweite die liegt bei ungefähr drei kilometer meine waffe hatten sieben kilometer umdrehen hatte ich ein bisschen wenigeres schiff schießen und wenn sie nah dran sind umdrehen und wieder wegfliegen so habe ich die dann klein gekriegt aber das kann ja nichts in der sache sein irgendwann habe ich dann festgestellt vielleicht sollte ich die schiffe mit panzerung bauen und siehe da danach funktioniert das mit dem zerstören von piraten schiffen hier ist nicht unbedingt viel drin man sieht es geht auch schnell kaputt das ding also ganz wichtig eigentlich bei jedem schiff selbst und bergbauschiff denn das könnte trotzdem auch jederzeit angegriffen werden nutzt die panzerung die hülle könnte er nicht vollkommen ignorieren die braucht kein schwein man braucht hier quartiere für eine crew für langs ist gut zum für die rotation des schiffes trägheitsdämpfer für die bremsung die korrektur düsen triebwerke aus dem besteht das schiff und die außenhülle vergesst die hülle baut es rein mit panzerung hier ich zeige es jetzt einfach mal wir haben hier hülle 809 988 hp jetzt machen wir den hier hin gibt plus 4 pro klotz wenn wir das jetzt mit der panzerung machen die plus 15 pro klotz macht schon mal ordentlichen unterschied ja ich denke sie hat wirklich ein bisschen mehr gewicht warte ich konnte es gab mal alle werde anzeigen wo masse plus 85 tonnen hier plus 51 also gibt mehr gewicht das heißt es verlangsamt er beschleunigung minus eins hier beschleunigung auch minus eins aber brems verzögerung ist auch etwas größer und all der scheiß aber für die kampf ist die panzerung einfach unglaublich wichtig ja dann eine ganz wichtige angelegenheit bei p wenn man verschiedene waffen typen an bord hat zum beispiel berger laser und schusswaffe da kann man hier anklicken und mit dem nummernblock beziehungsweise der zahlenreihe die orten ordnen so so dass man hier die hier auf die 1 dass sie auf 2 und da kann man über meinen will schalte man die berger laser ein und die schusswaffen aus weil die schusswaffen die zerstören den stein einfach wenn man gleichzeitig wenn man kämpfen will die berger laser die da keinen sinn machen ausschalten und dafür die schusswaffen einschalten kann ja ich habe die turm jetzt ein bisschen blöd hingestellt er kann quasi wirklich nur gerade ausschießen ich könnte den aber auch irgendwo anders hinstellen nehmen wir ihn weg und bauen gehen jetzt einfach mal hier auf die nase dann ist er auch wirklich beweglich und kann hinschießen wo er will und jedes schiff ist vom grund auf mit zwei unbemannten türmen das heißt bergbau oder abwrackungs laser ausgestattet dass er slots und einen bemannten turm das heißt ein bewaffnete also ein kampfturm die kann man dann hier bei den systemen noch pushen hier habe ich ein bisschen gecheatet weil jeder sprung hat mir dann cooldown von der minute verpasst deswegen habe ich mir hier einen hohen energie zuvor er cheatet das ding hier kriegt man per quest und ich zeige das jetzt ganz kurz verdammt verdammt wo ist er doch hier hallo hoch scrollen ja ich brauche eine trennwand füllen zimmer hier in zapp thema das ein jetzt haben wir hier die def konsole upgrades dann haben wir welche war es mir das ist glaube ich doch geschützt zum kontrollsystem das gibt jetzt bewaffnete schütze plus zwei ich baue das jetzt hier ein und habe jetzt hier drei slots so können wir die schiffe upgraden die kleinen schiff haben jetzt hier nur drei slots größere schiff haben hier bis zu 1 2 3 4 5 6 7 bis 15 slots habe ich gesehen und da gibt es die verschiedensten systeme wirklich hier ab wo sind sie aber ab hier ja 123 die dass das hier sind alles systeme die man so einbauen kann die verbessern bis bis zum ende da gibt es hier eine reconstruction token wenn ein schiff zerstört wird kann man es an der station wo man wieder aufwacht quasi wieder zurückkaufen das schiff ist verloren und man kann es wieder zurückkaufen das problem ist allerdings kostet sauviel man kann dort aber so ein reconstruction token kaufen der irgendwie für den viertel des preises des ganzen schiffes ist wenn man kein hat dann sehen wir hier ok eigentlich müsste hier jetzt so ein symbol aufleuchten dass seiner fehlt also misst die inventory jetzt da gibt es ja anders keine vorhanden ist und dann kaufen wir das ding und dann haben was und wenn man das haben dann kann man das schiff einfach direkt kostenlos anschließend wieder bauen oder bauen lassen ja dann natürlich der salvaging das können wir weil wir hier sind selten laser haben seltschleise abwrack geschützt um den können wir halt eben jetzt in der stelle stadt dem bergbau turm nehmen den hier dran bauen da geht jetzt nicht weil ja klar dessen titan der muss auf einen titan slot das eisen brauchen eisen slot unten wo man ihn drauf stellt titan brauchen titan slot das heißt ich muss jetzt hier erstmal hier zu titan das ist eine eisenecke okay vor allem ist sowieso eckig das ist scheiße und das flache sie haben eine eisen kante sind so viele titan kannte an meiner titan kannte titan kannte hier auswahl block umwandeln jetzt ist das hier eisen und dass sie ist titan und auf den titan kannte kreuz den titan turm draufsetzen wir können aber auch nach unten den eisenturm wieder draufsetzen das geht auch so haben wir hier den salvaging turm drauf und wenn wir jetzt irgendwo wracks haben dann können wir die mit diesem turm ausnehmen das braucht übrigens auch alles crew und kanoniere die geschütztürme brauchen zwei kanoniere die unbemannten brauchen zwei bergarbeiter da braucht das schiff selbst je nach größe und eingebauten komponenten ingenieure mechaniker unten captain gibt es auch denn das mache ich jetzt auch noch kurz wir müssen den ganzen krams hier nicht alleine machen baue ich das hier wieder drauf wir können nämlich wenn wir hier das schiff haben rausgehen hier auf die flacke gehen ähm meiner bauen ein neues schiff hier nehme ich jetzt einfach mal so kurz spitz den millenium falten wo ist er wo ist er da ist er der millenium falten dann muss ich hier bei dem schiff dass sie auch wieder aktivieren denn es gibt dem hier erstmal crew ist aber ein kapitän und auch besatzungsmitglieder sind weg weil die bauts nicht irgendwas ist hier ist sehr schwach verglichen mit anderen schiffen war keine waffe dran ist dann geben wir hier meinen laser hauen dem hier den meinen laser drauf aber ich ändere den slot hier ist noch hier ist eine geschützt um basis gut so dann gehen wir diesen geschützt um natürlich noch ein cooleres design das kann man nur bei den geschützt um basen ich kann so ein geschützt um überall hinstellen aber auf dieser basis kann man noch das design ändern mein ingleser hier ist sie doch schnee graus oder so machen wir das unten auch gleich wir können hier an auch noch die laser farbe ändern dass ich mache ich sie einfach mal rot so gut jetzt braucht er wieder besatzung also haben wir die direkt noch mal rein falsch normalerweise muss man die fett einsammeln so das ist jetzt schon der eine laser ist rot weil ich hier umgestellt habe so jetzt können wir hier raus gehe ich wieder in mein schiff und dem hier kann ich jetzt befehle geben befehlen abbauen und da flattert jetzt los und geht einfach abbauen so lange wie er materialien im system findet wenn er nichts mehr findet dann kann man irgendwo mit roter schriften meldung das schiff im system so und so das wäre in diesem fall ins system 298 doppelpunkt 337 nichts mehr zum abbauen findet und er arbeitet jetzt hier weiter und ich kann derweil machen was ich will ich kann jetzt zb ins nächste system kann mir das mal angucken und der arbeitet da jetzt einfach wir sehen es das eisen steigt weiterhin an und so gibt es einfach eine automatisierung des ganzen das problem ist allerdings er wehrt sich nicht das heißt so ein mining schiff muss zwangsweise im kampfschiff als begleitung im system haben zwar am besten schnelles weil wir können dem ich kann das hier zeigen die aufgaben geben feinde angreifen sektor patrouillieren eskortieren das habe ich bisher noch gar nicht gesehen oder ist es mich eskortieren es gab nämlich eine eskortiere mich dann kommt auf zu mir aber ja ich glaube das ist so ah hier güter kaufen verkaufen guck an über die weltkarte kann man sogar einen automatisierten handel machen okay auf jeden fall wenn der auf mining ist dann hat er nur mining selbst wenn man ihn im geschützturm anbaut selbst wenn man ihn im automatischen geschützturm anbaut er meint nur er schießt nicht deswegen muss man dann noch ein anderes schiff mit geben dass man dann auf feinde angreifen setzt oder sektor patrouillieren allerdings auf feinde angreifen bleibt er einfach stehen er steht einfach an der position wo er ist und bewegt sich erst wenn feind auftaucht in der zwischenzeit kann allerdings das mining schiff schon auf der anderen seite des systems sein deswegen sollte das schiff möglichst schnell sein auch also kein großkampfschiff das mega langsam ist sondern wirklich schnell kampfstark gut gepanzert dass sich um piraten auch kümmern kann und sich schnell darum kümmern kann bevor diese den miner zerstören können das sind so die erfahrungen die ich bisher gemacht habe ja dann haben wir hier oben e mails hier kommen da so ein schiffsmenü spieler menü galaxiekarte baumodus und spieler handelsmenü das ist halt eigentlich ein server basiertes schiff spiel das heißt wir haben auch entsprechend im singleplayer modus all die all die multiplayer funktionen die allerdings nicht funktionieren weil man hat kein multiplayer im singleplayer ne ja gut ich denke das war es mal so weit habe ich jemals vergessen handel kampf habe ich auch angesprochen der kampf ist eigentlich sehr simpel wenn man hier die bewaffnung hatte irgendwo taucht ein feind auf dann nimmt man den ins visier einfach damit man ihn auch sieht wenn man so ihr dann vorbeifliegt und beschießt ihn bis er platzt ja es gibt solchen schaden kann man schiff dann gleich reparieren hier draußen sind feinde eigentlich nur als piraten ich guck mal ob ich hier in dem system hier mal fände welche finde nur so ganz kurz nichts rotes na gut eigentlich bin ich ja blöd ne ich kann das auch ganz anders machen ähm ähm erp pirate ii muss ja direkt so viele spawnen haha oh was ist das für ein symbol ach du scheiße mit dem motorschiff fikt euch meine fresse woher daneben ach im grunde funktioniert der kampf halt ebenso das schiff ist nur zu schwach dafür für so eine truppe hier alter wir sind viel zu brutal ausrichten und weg haha alter so war das nicht gedacht man ah bei jedem sprung hat er mir den hier raus äh gibt es hier auch irgendwas das nicht ganz so stark ist hier raiders die sollten nicht so stark sein ja das ist doch gut mit denen komme ich klar ach für sekunden warten ja komm ach so ja es passiert war noch fünf sekunden kann ich jetzt reparieren danke wir haben hier ein vorhaltes system echt jetzt alter verarschst du mich die sollten doch gar nicht so stark sagen man alter verwalter ok ok jetzt geht die mir aber auf den kehrsack hier jetzt geht die mir aber auf den sack äh welche sind das nee nee alter die schießen mich hier klar kaputt moment irgendwo war doch hier der kann man es ganz 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 los gehen wir ganz nicht mit mir leute natürlich isms mh das sieht doch schick aus hier da so ja verdammte axt au Okay, das reicht immer noch nicht Okay, ich bin Matsch Egal Vielleicht schaffe ich es ja noch weg Alter Okay, merke mir Cheatet ihr keine Gegner am Anfang Diese zu stark Ach du herrje Okay Ja Wieder einschalten das Ding Inventar leeren Den Token wieder nehmen So Ja gut Das war es dann soweit mal zum ersten Teil Im zweiten gehen wir genauer auf den Schiffsbau ein Könnte ich da drauf schon mal ein bisschen freuen Entsprechend Bis denn Und möge die Macht mir das sein